Jetzt ist es wieder. Dein Mut? Ach ja. Dein Mut. Den hab ich aber nicht. Wir sind wohl hingelegend. Ich weiß nur nicht. Wo? Morgen? Ja, morgen werde ich nicht sofort gehen. Und dann kriegst du bestimmt wieder. Dein Mut. Dein Mut. Dein Mut. Dein Mut. Dein Mut. Wo soll ich die Zeichnung haben? Der Kaffee hat eine Redaktion. Achtung früh abgeholt. Sie haben ihm die Zeichnung gegeben? Was für ein Tag ist heute? Der Kaffee hat eine Redaktion. 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 Du, ich bin da gerade in 10 Uhr-Fantasie vom Partner, der ist der Name, ich erzählt habe. Bitte, Paul, zieh dir das mal an? Ne, sehr ne, ein rechter Heider ne. So sehr ne, findest du das? Jetzt hat man Völkir nichts aus an dem Bild. Soll man da abfragen, eine Frau mit Maske unten? Und weiter, weiter. Weiter. Weiter, weiter hat sie doch nichts an? Ja, weiter hat sie nichts an, diese Dame der Gesellschaft. Das ist es ja, irgendwas ist denn da dabei. Kein Lohn. Paul, hast denn du keine Augen im Kopf? Sieh dir doch den Move an, den die Frau trägt. Ja, ein Move? Ein Move aus Chin Chin? Und merkst du denn noch immer nicht, das ist doch der Move aus Chin Chin, den deine verlobte Amika ab dem Palen-Sophien-Saal gewonnen hat. Und das ist doch ziemlich bekannt, dass der Zeichner Heiderich seine Bilder nur nach lebenden Modellen zeichnet. Du meinst tatsächlich? Aber das Gesicht ist doch gar nicht zu erkennen. Die Haare können ebenso gut blond wie schwarz sein. Aber das ist doch gut. Du gehst jetzt sofort zu diesem Herrn und vorderst von ihm rechts ab. Na ja, wenn du glaubst. Aber es kann genauso gut eine andere Frau sein, da, auf dem Weg. Schließlich gibt es doch viele Muffe aus Chin Chin Chin. Verlass dich auf mich. Das ist, leider muss ich das sagen, das ist Anita. Herr Hofer von K.P. Meister, ich gebe Ihnen meine Ehrenwort, Frau Anita, Dichtenmodell gestanden zu diesem Leben. Habe es mir ja gleich gedacht, aber wissen Sie, mein Bruder ist in solchen Dingen so eigensinnig, wie ein Kind. Heide. Und wir können uns doch nicht sagen, wer es war. Die Namener Damen? Ja, den kann ich nicht nennen. Ja, also, wenn Sie mir den Namen nicht nennen, dann muss ich mich mit Ihnen schießen. Ich kenne doch meinen Bruder. Herr Hofer, Heilene, Dichten, seien Sie mit. Nennen Sie mir den Namen, Sie verlangen doch etwas Unmögliches von mir. Bleiben Sie. Wissen Sie, warte, Sie nennen mir einen Namen. Irgendeinen x-beliebigen Namen, ich glaube gar nicht, der richtige zu sein. Ich werde auch gar nicht nachforschen, ob er stimmt oder nicht. Die Hauptsache ist doch nur, dass ich meinem Bruder etwas Positives bringen kann. Und der Fall ist ein erledigt. Vollkommen erledigt. Also es war ein Fräulein. Ein Fräulein. Du. Ha? Fräulein, du. Du? Ja. Du. So wie Moll. Also wie? Du oder Moll? Du. Mit hartem T oder mit weichem D? Mit weichem D. Ein Fräulein, du? Sagen Sie, was hat denn die vier Vornamen? Vornamen hat sie keinen. Das heißt, sie hat es. Aber ich weiß es nicht. Okay. Ich werde es meinem Bruder sagen. Vornamen hat sie keinen. Vielleicht glaubt er. Hoffentlich schaut er nicht im Adressbuch nach. Ich wage sie nur,εις er sich zu Ende. Beg H